Die Augenringebehandlung kann als Zauberei gelten, wenn es richtig behandelt wird. Allerdings muss hier natürlich im Vorfeld eine genaue Analyse stattfinden, ob diese Augenringebehandlung auch bei dieser Patientin auch möglich ist. Hier ist es ein Grenzfall, das heißt, dass hier eine Augenringebehandlung behilflich sein kann, um ein frischeres Aussehen zu erscheinen. Aber man sieht auch zugleich, dass die Unterhaut, also die Unterlider hier noch nicht so fest sind, also im Alter schon etwas lockerer geworden sind. Aber trotzdem schafft man es hier auch in dem Fall. Ein schönes und faszinierendes Ergebnis. Und ich denke, dafür kommt die Patientin auch zu uns.